Äh, ja, wäre das Thema abgehakt. Wir machen jetzt einfach ganz normal weiter mit MKW. Ich hoffe, jetzt bekommt niemand mehr Disconnect und wir bekommen das beste Item der Welt. Werden nochmal abgeschossen von Speed. Das zweite Mal. Dankeschön. Best of. Wir können jetzt nicht Siebter werden. Das können wir uns nicht leisten. Danke, Victor. Vielen Dank. So, Leute. Ich heiße euch jetzt erstmal etwas anders willkommen. Und zwar gab es, ähm, ja, ein Problem mit Custom Tracks, beziehungsweise allgemein mit meiner V-Disc. Und zwar konnte meine V-Disc einfach nicht gelesen werden. Ich weiß nicht, wieso dieses Problem besteht. Ich hab wirklich keine Ahnung. Und deswegen, äh, erstmal vorweg. Wir werden den Traum mit CDGP Revolution spielen, heißt. Leider muss ich meine Musik-Hacks anmachen. Und deswegen werdet ihr, ähm, nachdem ich den Traum hier erstellt hab, äh, erstmal, ja, erstmal, äh, andere Musik hinterlegen. Heißt, ich werde neue Musik machen. Und, äh, jetzt muss ich mal Thomas kurz was schreiben. Okay, ich sag's ihm einfach. Thomas, mach mal bitte einen Traum zu. So, er hat nämlich jetzt auch einen Traum gemacht, wie ihr gesehen habt. Und das ist jetzt auf jeden Fall der letzte Versuch. Leute, ich hab schon fünfmal versucht, den Traum zu starten, ohne meinen Meisterverordner. Aber da konnten jedes Mal die Discs nicht gelesen werden. Deswegen spielen wir jetzt einfach mit Texturen von mir. Es geht nicht anders. Ich hätt's gerne das originale Spiel als Play, aber es geht einfach nicht anders. Ich weiß nicht, was los war. Es ist einfach mein Disc. Ich hab die wie immer auseinandergenommen, aber ich glaub nicht, dass es daran liegt. Und durch, also ich hab nur als Vermutung, dass durch meine Textur-Hacks, äh, die Stelle an der Disc irgendwie überschrieben wird. Und deswegen ich da starten kann. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt alles funktioniert. Es war jetzt immer so, dass die Disc einfach nicht gelesen werden konnte, als ich das Spiel gestartet hab. Und, ähm, dafür möchte ich mich einfach nochmal entschuldigen. Es tut mir wahnsinnig leid, wirklich. Ich glaub, ihr fühlt euch jetzt mega verarscht. Also wirklich, ich kann da nichts für. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, also wirklich, Entschuldigung. Tut mir leid, sorry. Es war ja im letzten CTWW-Part auch schon so, dass die Disc einfach nicht gelesen werden konnte. Also, heißt, ich werde wahrscheinlich ab jetzt auch nur noch Let's Plays machen, in denen ich, ähm, ja, in denen ich mit Textur-Hacks spiele und im Hintergrund die Musik halt rausschneide. Leute, es geht einfach nicht anders. Oder ich muss mir extra ein neues Pack runterladen, was ich halt für Let's Plays verwenden darf. Ich weiß aber nicht genau, was ich für eins finde. Ihr könnt mir gerne mal eins empfehlen. Das Einfachste wäre es jedoch, ich hab mir jetzt mal den Dolphin-Emulator runtergeladen und dass wir einfach da drauf spielen. Da wäre auch die Qualität besser und alles. Und, ähm, ja, es ist noch nicht vorbei. Genau, es ist noch nicht vorbei. Leute, es tut mir einfach so leid. Ich kann da auch nichts für. So viel sind wir jetzt. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Einer kann noch joinen. Oh, Leute, wenn es jetzt nicht geht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann müssen wir den Traum einfach wiederholen und auf der Wii U spielen. Denn da habe ich das Problem nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze beheben soll. Außer, dass wir auf der Wii U spielen. Allerdings bin ich auf der Wii U gebannt, deswegen werde ich den FC dann gleich löschen können. So gesagt. Ich fahre jetzt einfach mit Funky kommen. Zwölf Spieler, ja. Speed hat mir gerade geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich denke mir, ihr müsst es ja hören. Skype hört ihr, ja. Und wenn dann die Strecke drangenommen wird, werde ich einfach Musik von Custom Beats einfügen. Damit ihr meine Musikhacks nicht hört. Ich werde das dann einfach überarbeiten. Und dann hat sich die Sache, denke ich mal. Also wir werden jetzt halt mit meinen Musikhacks spielen. Beziehungsweise ich werde die hören, ihr nicht. Und ja, ihr seht schon, voller Raum. Wird auf jeden Fall geil, wenn jetzt meine Dis nicht wieder spackt. Und Leute, ich hoffe einfach, es geht. Ich hoffe, dass meine Dis jetzt geht. Ich bete zu Gott, dass es jetzt endlich mal funktioniert. Dass keiner ein DC kriegt, dass alles gut läuft, wie es laufen soll. Und dass, ähm, ja, dass ihr mir verzeihen könnt. Leute, ich habe euch jetzt eine halbe Stunde schon aufgehalten. 16 Uhr soll der Fun Room starten. Jetzt ist es 16.25 Uhr. Ich habe euch 20 Minuten eures wertvollen Lebens gekostet, Leute. Und wenn sich jetzt die Dis aufhängt, Leute, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird der ganze Fun Room abgebrochen. wiederholt. Ich verspreche es euch. Aber ich, ich bin zuversichtlich, dass es jetzt startet. Denn genau so habe ich gerade eben schon gespielt. Außer es liegt wirklich daran, dass ich Custom Tracks anschalten muss. Aber ich denke mal, es funktioniert jetzt. Ja, es geht. Denn ich höre ja, dass die Disc läuft. Und Leute, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich entschuldige mich für alles, was jetzt gerade passiert ist. Aber ich kann da nichts für. Und jetzt müsst ihr wirklich meine Textur-Hacks sehen. Aber, naja, ich denke mir ist egal. Gut, erstmal hier Danzen schon. So, sorry. Sorry, Leute, für alles. Gut. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich Musik von Custom Vs hören. Ich werde das dann einfach so machen, dass ich die Spielmusik leiser mache. Und dann die Musik einfüge. Ganz einfach, weil meine richtigen Musik-Hacks... Ach du Scheiße, leck der Raum. Weil meine richtigen Musik-Hacks urheberrechtlich gestützt sind. Und ich die einfach deswegen nicht verwenden darf. So. Gut, da jetzt alles gestartet sind. Boah, ich bin so mega froh. Da jetzt alles gestartet sind. Genau. Ich bin einfach so mega froh, dass es jetzt geht. Und wir sind direkt auf eins. Leute, ich freue mich. Ich bin froh, dass jetzt alles funktioniert. Und so können wir jetzt einfach mal mit den normalen Themen starten. Genau. Äh, erstmal wollte ich fragen, wie ist denn die Qualität? Äh, denn... Ja, morgen ist Weihnachten, Leute. Ihr wisst... Ne, ihr wisst es nicht. Morgen ist Weihnachten, Leute. Ihr wisst es nicht. Upsala. So. Äh, denn... Die Qualität, ob die heute gut ist, ist nicht so wichtig. Beziehungsweise für die meisten wird es schon wichtig sein. Ah, shit, die haben ja nicht überlebt. Aber... Äh, morgen... Wie gesagt, ist Weihnachten und ich wiederhole mich. Ey, es ist wirklich schwer zu zocken und zu labern. Auf jeden Fall bekomme ich morgen eine Capture-Karte. Ich kann es euch schon mal sagen. Beziehungsweise ich lade dir Weihnachten das Video hoch. Deswegen bekomme ich heute eine Capture-Karte. Und, äh, vielleicht werde ich morgen sogar einen KW-Part hochladen. Dankeschön, dass ich eine Wolke kriege. Warte mal! Habe ich das noch aktiviert? Es wäre jetzt mega lustig. Denn wir könnten jetzt einen Megapilz kriegen. Ne, nun... Ja, okay. Okay. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus für das rote Team. Ach, du Scheiße. Leute, was geht denn mit euch? Jawohl! Das war nice. Das war nice. Okay. Nein. BAU! Was will ich damit? Alter, wie der Raum rumlegt. Das gibt's doch nicht. Okay, Fünfter. Fünfter wäre ganz gut. Nein! Sechster! Warum? Warum? Oh. Gut. Sechster. Okay. Okay. Tatsächlich. Der erste und der zweite ist von unserem Team. Es könnte eigentlich relativ gut aufgeteilt sein. 38, 35. Wir führen, Leute. Wir führen einfach. Gut gemacht. Dragon MK und Spaß Mario. Glückwunsch an den Streamer. Ne. Dahmer. Und vierte L-Speed. Oh, der hat auch gut abgeschnitten. Gut. Leute, es läuft. Es geht. So, jetzt wird er wahrscheinlich wieder die normale MKW-Musik hören. Ich werde das jetzt einfach mal drinnen lassen hier. Weil es ist einfach ganz lustig. Es ist eigentlich ganz gut so. Ich finde im Hintergrund auch das sehr schön gemacht. Ich glaube, das ist von Darkycard. Ich denke mal, das ist von Darkycard. Die anderen Texturen habe ich mir anders zusammengestellt, sagen wir es so. Ich habe halt ein paar schöne Texturen genommen. Und es hatten tatsächlich vier Leute disconnect anscheinend. Naja, es muss da auch sein. Der Raum hat gelegt wie Müll. Leute, ihr habt es gesehen. Dafür kann ich jetzt nichts. Ja, klar. Wir sind nur noch zu dritt. Okay, dafür können die nichts. Das ist jetzt halt problematisch. Jetzt müssen wir eben gut fahren. Das ist jetzt halt schade. Aber zumindest läuft der Raum noch. Zumindest läuft der Raum noch. Gut, ab jetzt gibt es für euch wieder schöne Musik. Oh, Nunchak auf. Ne, doch nicht, doch nicht. Habe ich gehört. Gut, aber zumindest läuft der Raum. Es wollten ursprünglich auch der gute Norman und Niklas joinen. Das sind die einzigen Real-Life-Freunde, die ich tatsächlich noch habe. Außer den Robin, die mit mir MKW zocken. Beziehungsweise heute hätten zocken wollen. Aber irgendwie konnten die die Wii nicht mehr starten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß aber nicht genau. Jedenfalls hatten die gesagt, dass es irgendwie nicht funktioniert. Und, ähm... Okay, da kommen wir nicht drunter durch. Perfekt. Ich glaube, da hat schon wieder jemanden Disconnect oder so, oder? Oh, ne. Hä, was geht denn bei Victor? Ich hoffe mal, der hat jetzt keine X aktiviert. Ne, werdet ihr schon nicht haben. Werdet ihr schon nicht haben. So. Speed ist vor uns. Den überholen wir aber auf jeden Fall. Äh. Also, es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Das ist einfach so... Also, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass das mit der Disk sein könnte. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Ich habe da nicht mehr dran gedacht, Leute. Ich wusste es einfach nicht mehr. Komm, schieß ab. Scheiße. Jetzt hat er einen Ratchet, der uns an den Arsch feiern kann. So, jetzt sind wir noch zu dritt hier. Und wir sind tatsächlich Top 3, oder? Ne. Speed ist vor uns. Wir sind rot. Wir sind Erster, Zweiter... Äh. Erster und Dritter auf jeden Fall. Hier ist Büro, glaube ich. War das Büro? Ja. So. Äh. Wie gesagt, ist die Qualität gut? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ist aber eigentlich sowieso egal. Weil ab morgen gibt es meine Videos in Full HD. Äh. Solange die Capture Cut natürlich funktioniert, ne? Wollen wir mal... Äh. Das machen wir jetzt einfach mal so, dass wir sagen, sie funktioniert. Und dann sind morgen die Videos in Full HD. Dankespeed, dass du so rumlegst und mich dadurch abschießt. Was mache ich denn? Ey, ich kann doch nicht spielen, Junge. Ich spiele jetzt halt am PC, sozusagen. Also nicht, äh, mit Tastatur oder so, sondern, äh, amfizieren durch den Grabber. So, letzte Runde. Oh, nee, ey. Leute, ich kann... Egal, ich höre jetzt einfach auf. Es tut mir leid, das letzte Mal jetzt gesagt, es kommt nicht wieder vor. Das nächste Mal spielen wir einfach auf der Wii U. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Und dann, äh, ja, wäre das Thema abgehakt. Wir machen jetzt einfach ganz normal weiter mit MKW. Ich hoffe, jetzt bekommt niemand mehr Disconnect und wir bekommen das beste Item der Welt. Wir werden nochmal abgeschossen von Speed. Das zweite Mal. Dankeschön. Best of. Wir können jetzt nicht Siebter werden. Das können wir uns nicht leisten. Danke, Viktor. Vielen Dank. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Kann es sein, dass ihr mich einfach die ganze Zeit dissen wollt? Ja, okay, Viktor hat auf jeden Fall verkackt. Und ich habe kein Item. Viktor kann es noch schaffen. Och, nee, oder? Das ist nicht... Danke. Schönes Rennen. Geil. Geil. Leute, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ach, wir waren sogar drei gegen fünf. Ja gut, dann ist es klar. Dann ist es ehrlich gesagt klar. Drei gegen fünf. Ich dachte, drei gegen vier wenigstens, aber anscheinend... Naja, ging es anscheinend. Nicht anders. Oh, Leute. Ich hoffe einfach mal, dass der nächste Raum nochmal voll wird. Und dass da dann keiner Disconnect kriegt. So, nehmen wir einfach mal hier... Ja, komm. Okay, komm, Schikane nehmen wir jetzt weiterhin. Es sind immer noch acht. Leute, es wird nicht fairer. Es wird nicht fairer. Ich glaube, es ist auch das vorletzte Rennen schon. Weiß ich nicht genau. Ich denke mal schon. Naja, und dann aber noch zwei Räume vor uns. Wird auf jeden Fall noch lustig. Wird noch lustig. Auch wieder mit Texturhexen und so. Ich hätte es gerne ohne gemacht. Ich war die ganze Zeit... Ich habe jetzt viermal versucht, mit der normalen MKW-Disk zu starten. Über den VM4-Patcher. Und einmal über Revolution, unter MyStuff und CTGP. Aber es ging einfach nicht. Ich hätte es gerne getan, aber es ging nicht. Ist mein Nunchuck kaputt? Nee. Nee, ist alles da. Gut. Nein, Speed. Nicht dansen. Nicht im Faden rum. Oh, mein Nunchuck zieht nach rechts. Habt ihr es gesehen? Ich mache jetzt mal gar... Nee, ich lasse es nicht lassen. Wir fahren einfach normal. So. Was ich nochmal mit euch bereden wollte... Oh Gott, war das knapp. Habt ihr vielleicht mal ein Spiel, was ich mir für die Wii U oder den PC kaufen könnte? Was ich dann auch let's playen könnte? Also, beziehungsweise Minecraft für die Wii U. Soll ich mir es kaufen oder soll ich es lassen? Ich weiß nicht. Habt ihr ein Spiel, was ich let's playen soll? Was ihr gerne von mir sehen würdet? Gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin eigentlich für alles offen. Ich hätte auch ein bisschen Geld, was ich ausgeben könnte. Zu Weihnachten kriege ich auch noch was. Also wäre kein Problem. Boah, shit. Komm. Jawoll. Speedo ist tot. Also bei der Strecke müssen wir jetzt einen guten Platz belegen. Hab ich gewählt. Und das sieht auch ganz gut aus momentan. Für unser Team eigentlich auch Doppelspitze. Perfekt. Ich balle jetzt einfach mal den Pilz. Oder nee, ich balle den nicht. Gut. Dragon MKW ist online. Äh, MK, MK meine ich. Entschuldigung. Hab ich gerade gesagt, ist der online? Der ist erster. Oh nein, was ist das denn? Was mache ich? Was mache ich? Oh Gott. Oh mein Gott. Leute. Alter. Oh, scheiße. Gut. Okay, letzter. Nice. Und ich sag auch noch, sieht ganz gut aus. Jetzt. Alter. Wir sind letzter und vorletzter. Oh nein. Oh nein. Okay, ein Stern. Das ist ganz okay. Okay, dann setzen wir ihn jetzt schon ein. Komm, ist hier noch ein Item? Mann, das war meins. Komm, ich muss hier einen guten Platz belegen. Ich bin der Rauminhaber. Ja. Ja, klar. Was hat der denn für ein Lack? Okay, hier. Komm. War das Thomas, der vor uns war? Nee. Oh Leute. Sieb da. Ja, natürlich. Was soll ich da machen? Junge. Ich darf jetzt nicht letzter werden schon wieder. Junge, ich bin so gut gefahren. Ich kann doch da auch nichts für. Natürlich. 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 Ey, wir waren nicht letzter. Achso, Messi hat wahrscheinlich Disconnect. Okay, das ist jetzt wirklich unfair. Wir lassen uns mal wieder nach Strich und Faden verarschen. Aber das kennen wir ja vom Spiel. Gut. Eindrennen ist es noch. Oh nein, ey. Leute. Leute, Leute, Leute. Es ist wirklich chaotisch. Es ist wirklich chaotisch. Ah, gut. Ich. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich bin im nächsten Part etwas. Etwas stabiler. Es ist gerade, als ob ich aus dem Koma aufgewacht wäre. Alter, ey. Ich dachte jetzt aber auch, es kommt keiner mehr. Und ihr seid trotzdem alle gekommen. Ich bin froh darüber, ey. Gut. Gewinnen können wir das Ganze wahrscheinlich nicht mehr. Außer wir haben jetzt eine Dreierspitze. Und das ist höchst unwahrscheinlich. Aber wenigstens spielt jetzt die Disc mit. Norm und Niklas, tut mir übrigens leid, dass ihr doch nicht mehr drin seid. Oh, ich habe elf WhatsApp-Nachrichten, Leute. So. Ey, es ist doch nicht euer Ernst. Da will ich einmal normal fahren und dann blockt mich Speed. Oh Gott. So. Also es tut mir jetzt auch wirklich leid, dass ihr die Spielhintergrundmusik nicht hört. Jedenfalls nicht die echte. Sondern irgendwas von Custom Reels. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Oder Candyland könnte ich natürlich auch reinmachen. Hat euch auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. In Endergames. In Endergames. Mit Niklas. War anscheinend ganz gut für euch. Und jetzt sieht es gut aus. Genau so müssen wir bleiben. So müsste es bleiben. Hallo, ich bin dein Team, Junge. Du kannst mich nicht abschießen, mein Guder. Also ich denke mir, ich werde das jetzt doch so machen, dass ich Candyland reinmache. Und das einfach über den ganzen Funroom lasse. Und einfach im nächsten Funroom ein anderes Spiel reinmache. Was macht er denn? Du kannst mich nicht abschießen. Wir sind ein Team. Okay, dann ramme ich halt aus dem Wheelie. Oder war das der andere Typ? Das war der andere, oder? Ja. Jawoll. Rache ist süß, mein Guter. Tut mir leid, Speed. Aber das war für den Anfang. Tut mir leid. Sorry. Musste sein. Dreifachspitze. Wir konnten es... Mario. Spaß, Mario. Hast du ein Disconnect? Nee. Er macht es mit Absicht. Oh! Nein! Nein! Ja, der ist der Pilz. Nein, 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 nein. Nein! Du missest! Spyro! Nein! Nein! Ja, komm, 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 komm. Ja! Nein! Oh! Leute! Oh, nein. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh, nee. Ja. Gut. Es war aber unfair. Es war unfair. Außer das erste Rennen. Das war ein GG. Naja, gut Dann hoffe ich, der erste Part vom Fun Room Hat euch gefallen Ich lasse den Traum jetzt gleich mal offen für den zweiten Und ja, dann Sehen wir uns gleich Bis dann, Leute